So, da wären wir wieder. Also du wolltest da nicht hacken? Geh nach Hause. Du wolltest nicht hacken. Wir wollten uns vorbereiten auf die Welle. Und Jungs, nimm doch mal hier Portale und so. Muss ja nicht sein. So, das da bitte weghauen und den Dirt Black da weghauen, damit nicht immer wieder das Grünzeug spawnt. Gold suchen. Gold, Silber, Mitril. Für Rüstung, Tesla, Spuren, was weiß ich. Da wäre Eisen. Oh, ein Stuhl. Und ganz viel Scaffolding. Weg, 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 weg. Ups, nein, nicht hier irgendwo im Nirgendwo was abbauen lassen. So, Metall, 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 Metall. Da ist Kohle. Noch mehr Kohle. Portalraum. Eisen. Hm. Okay, Kohle und Eisen können wir eigentlich auch immer gebrauchen. hier zum Beispiel. Na komm, machen wir hier eine kleine Mining-Aktion für vier Minuten. Das ist einfach da runter und das alles weg. Und da ist Scaffolding rauf, damit es gleich runter purzelt und die Leute hier auch einigermaßen wieder rauskommen. So, chop, chop. Worauf alle die Jungs? Was zur Hölle macht ihr hier überhaupt? Findet keinen Weg, findet keinen Weg. Da ist das Portal. Ich will hier Zwerge ertrinken. Ihr habt hier viel zu viele Aufträge. Die können alle erstmal weg. Weg, 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 weg. Weg. So. Sie haben viele Aufträge, trotzdem bewegen die sich nicht. Oder haben immer dieses Fragezeichen im Kopf. Das ist sehr komisch. Aha, okay. Bist du auch zum richtigen Punkt? Ja. Zing. Genau, schön runter, runter, runter. Noch mehr Eisen, noch mehr Kohle. Die Wände würde ich eigentlich auch ganz gerne abbauen, aber das müssen wir später machen. Obwohl ich kann kurz so machen, so. Und dann Scaffolding raufwerfen. So. Doppelte Geschwindigkeit. 2,5 Minuten noch. Ah, das ist ganz schön viel Eisen und Goleon. Du, 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 du. Und wer trinkt der schon wieder? Da, das Wasser muss weg. Ähm, nimm, 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 nimm. Hier. Aber kein Silber, kein Gold, kein gar nix. Das ist komisch. So erstmal oben abbauen, damit wir nicht, da oben nicht wieder ankommen. Und ich krieg doch ein neues Portal. Ja. Müsst ihr da nicht mal hochklettern. So, da ertrinkt jemand. Du, versucht Weg zu finden. Gräbt. Wo du grad mal hier bist, grad das wär ja auch zu praktisch. Bahnhaltestelle. Damit die Zwerge auch an anderen Stellen aussteigen können als an den Enden der Bahnhalte, äh, der Bahnstrecke installiere diese Haltestellen. Okay. Damit sollten wir unbedingt mal anfangen zu arbeiten. Aber hey, nach der Welle. Also machen wir die kurz weg. So, geht wieder nach Hause. 17 Sekunden. Von rechts müssten wir einigermaßen sicher sein. Von links eigentlich gar nicht. Aber wir haben genug Zwerge und gute Ausrüst und das passt schon. So. Portal kommt direkt links. Und wir stellen uns dem trotzig entgegen. Und laufen schreiend weg. Oh, ist das laut. Okay. Ihr schafft das schon, Jungs? Oder auch nicht? Mal gucken. Was in dem Zurückstupsen ist jetzt interessant. Weil eventuell können sie dadurch nicht schnell genug weglaufen. Genau. Wenn ihr fliegen müsst, geht gleich schlafen. Stopp. Einfach. Spiele Zwerg. Geht schlafen. Von Wut zur Hölle kommt ihr denn? Da. Du. Kontrolle übernehmen. Ab nach Hause. So. Auf gefreiend. So. Du. Geschlafen. 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 WTF. Geschlafen. Da. Geh. 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 Da rein. Will er nicht. Wir haben neun Zwerge. Ich hoffe, es bleiben auch neun Zwerge, während ich hier rumwusel. Genau. So. Tut rein. Du. Viele Zwerge. Geh schlafen. Schläft. Schläft. Geht schlafen. Schläft. 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 Geht zum Lager. Geht schlafen. So. Alle Zwerge schlafen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Wirklich alle Zwerge schlafen und machen einen riesen Radau mit dem Geschnarche. Und die Skelette hauen ganz lässig ab und an mal auf die Steinmauer. Und auch nur einer von 5. Sehr kurios. Das kriegen die niemals klein, weil es wieder hell wird. Noch mal da mit der Geschwindigkeit und lassen wir durchrattern. Das Portal ist auch gleich zu. Gut. Gucken wir währenddessen mal unten in die Mine. Das ist nicht die Mine. Das heißt, die Sachen können wir alle mitnehmen. Wo ist die Mine? Da ist die Mine. Das sollte alles nachher weg. Ja, so, damit man überall noch rankommt. Noch irgendwo. Also, Tag ist schon wieder da. Und hier können wir nur oben sehen, was da ist. Und Gold und Silber gleich das mal weiter unten. Also sollten wir einfach mal hier das aufmachen, alles töten und dann nicht hier durchbuddeln, dass wir gucken können, was da unten da ist. So, ihr seht alle am schlafen. Gegner sind tot umgefallen. Das hier sollte bitte weg und das sollte auch bitte alles weg. So. Und hier unten ein neues Portal. Schwupp. Die Scaffoldings. Oh, hallo. Und das mit dem Komfort hat sich anscheinend wirklich ausgezahlt. Also die haben jetzt ja sehr schnell regenerieren können. Das hat vorher eine halbe Folge gedauert und jetzt sind schon alle wieder aus dem Bett raus. eine Topfbeine. Okay. So, dich weg, dich weg. Busch können wir auch mitnehmen. Du kannst sterben. Du kannst sterben. Das hier können wir hinten ersetzen. Vorne setzen. Wozu haben wir diesen Vorsprung hier? Er kann auch weg, glaube ich. Ja. So. Paket. Noch eine Weihnachtsmitte, die wir nicht benutzen können. Nee. Komisches Weihnachts-Outfit. Holt das mal bitte. Das könnte kriegswichtig sein. So. Hier unten. Genau. Schön abbauen. Alles. Alles, alles, alles abbauen. Ihr kriegt sogar ein Portal, wo ihr nicht hochspringen müsst. Bitteschön. Das da weg. Das da weg. Das da weg. Ah, da ist noch mehr. Gucken wir mal kurz da runter, wo wir schon mal hier sind. Mit etwas Glück finden wir ein weitläufigeres Höhlensystem, was dann gleich zu einer ordentlichen Ader führt. Gut. Und da ist schon wieder mehr Eisen. Komm, mach, mach weg da. Du hast eine Piggy in der Hand. Mach weg. So. Das, 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 das. Alles weg. Alles nur Eisen. Oh, was haben wir da? So. Das ist Silber, oder? Ich glaube schon. Sehr gut. Man muss nur meckern. Zapp, 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 zapp. Einfach alles mit Scafroding voll machen. Das passt schon. So. Das da weg. Und das da weg. 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 Das da. Das sieht abgefahren aus. So. Das hier alles Blumentopf. Das. Ja, Kochbuch. Sehr schön. Das alles weg. Das Wasser wird gleich runterfluten, aber ist okay. Die ganze Kohle weg. Ich kriege ein neues Portal hier. Baut dann bitte ich hier einfach irgendwas ab und wenn wir mehr sehen können. Dann soll das da weg. Das da weg. Flasche. Oh. Die Scafroding können wir. Okay, das weg. Die Scafroding können wir langsam einpacken. Vor allem das da. So. Hier sehe ich so weit. Oh, Diamanten. Und Silber oder Mitriele einzubeiten. Sogar ganz schön viel. Flup, 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 flup. Portal. Sehr gut. Weg, 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 weg. Statue. Hatten wir die nicht schon? Ich glaube, die hatten wir schon. Und warum machst du nichts? Dann mach wenigstens das Wasser hier weg. Graben, graben, graben. Wow. Hier ist der Boden wieder so komisch. So, Lava-ähnlich. Metallrad. Das da bitte weg. Das da bitte weg, um zu gucken, was da ist. Du kommst nicht wirklich hoch, ne? Okay. Portal hier. Ne, hier scheint nicht wirklich viel zu sein. Da hinten ist wieder Kohle, aber... Ist jetzt nicht so spannend. Da oben ist Wasser. Ne, okay. Scafroding. Mit, mit. Das abbauen, das abbauen. Pfff. Hier unten können wir mal langgucken. Gibt auch ein Portal. Bitteschön. Ah. Hoho. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber es ist bestimmt toll. Mitrile ist es schonmal nicht. Silber wird es sein. Ja, sehr gut. Können ganz viele Silberrüstung, Silberwerkzeug und so weiter kaufen. Das abbauen, das abbauen. Silberpfeile. Das da weg. Und ich würde gerne wissen, was hier oben ist. Mach weg. Mach weg. Mach weg. Du da. Genau. Komm schon, ich nehme dich jetzt selber. So. Hey. Da ist er weggelaufen. Wollte ihn gerade selber kontrollieren. Genau. Lauf da rein. Mach hier ein bisschen was kaputt. Gold. Des Zwergen. Oh. Mitrile. Oh. Hier ist eine sehr schöne Ecke. Neues Portal. Da. Alles abbauen. Ich glaube, jetzt müssten wir genug haben für unseren Tesla-Turm. Also sobald wir es eingeschmolzen haben. Magische Explosion. Was? Stopp. Stopp. Explosion. Magische Explosion. Manerkosten 20. Brauch Öl. Magischer Sog. Der Spruch sammelt naheliegende Rohstoffe ein. Das ist sehr praktisch. Brauch Mitrile. Hm. Mitrile. Okay. Mitrile. Warte mal. Mitrile. Mitrile. Okay. Kohle. Kohle. Jo. Zwei Mitrile Ingotts haben wir jetzt schon. Gold. 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 Gold Ingotts. So. Danach hier runter. Das abbauen. Das da auch weg. Jeder Gold Plumpen ist wichtig. 40 oder 30 Minuten bis zur nächsten Welle. Bis dahin kriegen wir das bestimmt. So einen Tesla Turm zu bauen. Ich würde ihn gerne mal in Action sehen. Also wie stark der genau ist. Weil ich wurde schon vorgewarnt. Wenn man ein paar Stunden gespielt hat. Können die Wellen doch recht stark werden. Und ich denke mal. Da werden wir mindestens auf jeder Seite einen Turm brauchen. Oh. Das geht noch schön weit runter. So. Das müsste wirklich Mitrile sein. Sonst haben wir ja kein Mitrile mehr. Ja. Aber Mitrile Klumpen. Gleis. Oh. Nicht ganz so wichtig. So. Neues Pot. Ne. Weg liegt. Keine besonders tolle Stelle für ein Po. Oh. Alles weg. So. Ähm. Tesla Turm. Und was fällst du Tesla Turm? Da. Tesla Turm. Dümdümdüm. Dümdümdüm. Glas. Glas. Stahl. 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 Achso. Du brauchst Rohgold. Und Rohsilber. Okay. Gold. 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 Stein. 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 Zwei. Tesla Turm. Die erst gebaut werden müssen. Ja. Ist okay. So. Das. 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 Das damit abbauen. Abwählen. Zip. 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 So. Ich hab das Gefühl, wir sollten hier erstmal nicht weiter runtergraben. Sondern geht einfach nur raus. Geht nach Hause. Und wir suchen dann später eine neue Stelle. So. Ganz schön tief runtergegangen. Oh. Gold. Ne. Stein. Sah irgendwie kurz. Wusste ich so aus. Challenges. Zip. Schüsr magazine. Er放心 noch nicht ist. A